Heute für euch, die 5 gefährlichsten Hacker aller Zeiten. Los geht's! Auf Platz Nummer 5 in meiner Liste hat es Kevin Lee Paulson geschafft. Der heutige Journalist wurde als erster Hacker in den USA der Spionage angeklagt. 1993 erlangte er Bekanntheit, da er unter anderem Gewinnspiele kontrollieren und sich so als glücklicher Anrufer durchstellen konnte. Mit dieser Technik erbeutete er unter anderem 2 Porsche, einige Reisen und mehrere tausend Dollar. Zeitweise kontrollierte Paulson alle Telefonate in Los Angeles und kam dann für 5 Jahre ins Gefängnis. Und weiter geht's mit der Nummer 4. Ein weiterer berühmter Hacker ist Kevin Mitnick alias Condor. Ihm wurde vorgeworfen mehr als 100 Mal ins Pentagon und in das NSA Netzwerk eingedrungen zu sein. Er wurde dann mehrere Male inhaftiert und befand sich über 2 Jahre in Untersuchungshaft. Auf seinem Leben basieren mehrere Filme, unter anderem Takedown und Freedom Downtime. Nach der Haftstrafe wurde er außerdem Autor und veröffentlichte das Buch The Art of Deception, auf Deutsch Die Kunst der Täuschung. Außerdem war eine seiner Bewährungsauflagen, dass er 3 Jahre nach seiner Entlassung keine EDV-Systeme nutzen durfte. So wurde, als die 3-jährige Sperrfrist endlich für ihn vorbei war, sein erster Besuch einer Website live in einer TV-Show übertragen. Heute hat Kevin David Mitnick eine Beratungsfirma, die Schulungen und Seminare anbietet. Und da sind wir auch schon bei der Top 3. Auf keinen Fall darf in dieser Aufzählung ein Hacker der ersten Stunde fehlen. Sein Name? John Thomas Draper alias Captain Crunch. Den Spitznamen gab sich Draper nach einer in den USA bekannten Cornflakes-Marke namens Captain Crunch. Den Packungen lag während einer Werbeaktion eine Spielzeugflöte bei, die zwei Töne erzeugen konnte. Pfiff man einen dieser Töne in den Telefonhörer, war man mit nur zwei zusätzlichen Codes in der Lage, weltweit kostenlose Telefonate zu führen. Allerdings sorgte die rasende Verbreitung dafür, dass Draper 1971 vom FBI geschnappt wurde. Unterkriegen ließ sich Captain Crunch allerdings nicht und nutzte die Zeit im Gefängnis sinnvoll. So entwickelte er mal eben das Textverarbeitungsprogramm Easy Writer, das erstmals mit dem Apple II ausgeliefert wurde. Und die Nummer 2. Ein weiterer spektakulärer Fall dreht sich um den deutschen Karl Koch. Er und ein paar Freunde knackten in den 80er Jahren die Computernetzwerke der US-Behörden und verkauften dann die Daten an den sowjetischen Auslandsgeheimdienst KGB. Das traurige Ende der Geschichte war, dass die verbrannte Leiche von Karl Koch im Mai 1989 bei Gifhorn gefunden wurde. Zum Zeitpunkt war er gerade mal 23 Jahre alt. Als Todesursache wurde offiziell Selbstverbrennung angegeben. Und die Nummer 1. Ist der Brite Gary McKinnon wirklich der gefährlichste Hacker der Welt? Die US-Behörden behaupten dies zumindest. Bekannt wurde der Systemadministrator, der als Hacker unter dem Namen Solo arbeitete, jedenfalls wegen seiner spektakulären Heckangriffe. So drang er 2001 und 2002 auf der Suche nach Informationen von Aliens und UFOs in 97 Rechnern der US-Army und der Raumfahrtbehörde NASA ein. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen, einfach hier klicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.